Hallo, ich bin Turgut Gers, laufe 3000 Meter Hindernis und studiere nebenbei Lebensmitteltechnologie und wohne seit 2017 in Berlin. Bevor ich mich auf die 3 Hindernis spezialisiert habe, alles in der Leichtathlete gemacht, auch ein Speer angefasst, eine Kugel, ein Stab, einfach die unterschiedlichsten Typen kommen auf einem Platz zusammen und das finde ich einfach sehr faszinierend an der Leichtathlete. Dadurch, dass man ja ganz früher Mehrkampf gemacht hat im Schüleralter, musste ich auch Hürdenlaufen lernen und Laufen mochte ich schon immer am liebsten. Damals in so einem Verein hat einer mal Hindernis ausprobiert, aber da war ich noch zu jung in der U16, da gab es das noch nicht, aber ich wollte es unbedingt auch mal ausprobieren, weil ich halt gut Hürdenlaufen konnte, weil bei kurzen musste ich am Anfang Vierer lernen, das heißt, ich musste mein Bein immer wechseln und so konnte ich beide Seiten eigentlich relativ gut und ja, so hat sich das als perfekte Kombination für mich herauskristallisiert.